ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk Ich studiere deine Mutter von vorne und von hinten. Richtig. Von innen und von außen. Ne, außen mach ich nicht, außen ist doch hässlich. Außen ist wirklich hässlich. Alter, Laser hat mir vorhin extrem motivierende Pokémon-Musik gegeben. Das gibt es nice. Du willst der Allerbestes. Nein, nicht dich. Doch, deine Mutter war zum Halt. Strip meinen jeden Tag. Deine Mutter war zu breit. Was ist jetzt eigentlich in diesem Scheiß-Überraschungs-Ei drin? Das interessiert mich jetzt. In der Überraschung? Captain obvious strikes again. Captain obvious. Alter, da musste ich jetzt fast grad los losweiten. Der war echt gut, der war echt mega gut. Habt ihr Galilio Big Pictures gesehen? Äh, ja. Ich wollte. Nein, Alter. Da gab's ne Frau, die hat täglich 50 Orgasmen. WTF. Ja, stimmt. Hab ich halt so. Das ist megamäßig die Qual. Was war denn noch mal? Ja, stimmt. Ja, kenn ich. Ja, ich kenn die auch persönlich. Was denn? Ne Frau, die hat täglich 50 Orgasmen. Das ist ne Krankheit. WTF? Und die musste ich die, du musst doch die Kick haben. Du musst doch die Kick haben. Mein Penis. Das sind übrigens meine Freunde, ne? Nur so zur Info. Megamäßig weh, Alter. Das ist megamäßig schlimm. Der war gut, der war gut. Nils, du findest alles, was nen Biss hat, gut. Was nen Penis hat? Ja, alles. Was nen langen Schwanz hat. Also auch Hunde. Wie glaubst du, warum ich mich so sehr sehe? Hunde? Hunde haben doch keinen langen. Klar, länger als deiner. Nein, Mann. Hunde doch nicht. Na, das auch nicht, aber Hunde haben doch keinen... Was? Ich rede von dem hinteren Schwanz. Da bin ich einmal weg und überall sind scheiß Eier. Ey, Alter, guck mal kurz... Ja, es ist Ostern. Guck mal kurz in, ähm... Was erwartest du? Gell? Hast du keine Eier oder was, ey? Hast du keinen Mut oder... Keine Eier in der Hose. Zumindest das nicht. Boah, ich feier immer noch das Bild von... Das Bild, das Kubi geschickt hat, ne? Mit Oster-Eierblasen damals. Echt? Echt? Ich hab das meiner Freundin gezeigt. Nein, ich hab das... Ich hab das so gefeiert, Alter. Das ist so mega geil. Dann musste Kalle natürlich rülpsen, ey. Die ganze Stimmung kaputt. Boah, ich nicht. Mann, Kalle. Also echt? Ja, Kalle, ich schäm mich ernsthaft. Boah. Ich war vor der Mongo. Ich will nie rülpsen in der Aufnahme. Ist so mega eklig. Alter, was ist das für ne Goldquelle? Gell, die sprießt nur so raus. Boah! Das Hühnchen hat mich voll erschreckt. Erschrocken. I will chicken, ne? Erschrocken heißt das übrigens. Alter, hier sind überall Hühnchen in meinem Haus. Ich hab mich voll erschrickt. Erschrickt. Mit I. Erschröckelt. Habt ihr nicht letztes Mal die ganze Zeit Hühnchen in meinem Haus fahren lassen? Ja, haben wir. Ne, sag bloß. Haben wir nicht. Ne, das haben wir nicht. Das war das Hühnergöttchen. Das wär mir aufgefallen. Das Hühnergöttchen Can. Und Minecraft schmiert wieder ab. Schmier ab. Schmier ab. Ja, weißt du, wenn du dich schon drauf anlegst abzuschmieren, dann musst du ja auch gar nichts anderes erwarten. Das erinnert mich an Lernen bei uns. Ne, wenn's plötzlich leckt. Ey, hallo. Schmier ab. Schmier abmäßig. Da geht's nochmal. Klasse CB. Ohhhh. Schlimmstens falsch, muss ich gleich meinen Rechner neu starten, worauf ich echt keinen Bock hab. Ja, das musste ich heute auch schon machen. Nach, während, nach dem Aufnahmen. Warte, eben muss sein. Das ist, es gibt nichts schlimmeres, als den Rechner neu zu starten, wenn man grad dran sitzt. Okay, live on camera. Ja, das ist so mega kotzig. Ja, das ist so mega kotzig. Ja, echt krach. Geht gar nicht. Pamela Anderson ey. Ich kann Java neu installieren. Okay, ich tu mal kurz das Update. Live installieren. Wollen Sie mich verarschen, dass eine Fliege auf meinem Bildschirm fliege? In der Zwischenzeit spielen wir jetzt live. Du musst mit der Faust dranhauen. Kamer den. Kamer den. Kamer den. Kamer den. Stias. Hau so durch der Bildschirm durch. Was du Stias? Hm. Komm her. Wie komm her? Komm du zu mir. Komm du zu mir. Komm du zu mir. Irgendwas spielen. Was haben wir denn so? Ähm. Das war so geil. Hau mit der Faust drauf. Hm. Hab nix. Wieso merkst du denn? Auf einmal merkst du, dass eine Fliege auf dem Bildschirm ist. Wir machen es einfach mal so. Der Fleck bewegt sich. Vier Stück glaub ich. Ja, ich hatte auch vier Stück. Naja. Jetzt müsst ihr euch streiten. Warum soll ich denn hinkommen? Ja, weil du. Ich hab kein kleiner Ich. Ich hab kein kleiner Ich. Wir treffen uns in der Mitte. Niko. Hm? So nach dem Motto. Lol, der Fleck bewegt sich. Dann spielen wir so lange mal ein bisschen Binding of Isaac. Bis das wieder läuft. Diamanten. So, also ich spiele jetzt so lange Java neu installiert. Einmal kurzerhand einfach Binding of Isaac. Okay. Och ist fertig. Gut. Hat sie leider erledigt. Egal. Wir spielen jetzt live während wir an der Minecraft spielen. Ich bin kurz Binding of Isaac. Haha. Und ich bin scheiß im Binding of Isaac. So spielen wir Minecraft wieder. Haha. What the fuck? Einmal einen stillen Applaus für Alex, bitte. Ich hab gesagt still. Sei still. Es war still. Du meinst sarkastischen Applaus. Okay kommst du? Wo bist du? Carly. Du bist echt der Beste. Kommst du? Ich hab gesagt wir treffen uns in der Mitte. Bei uns am Hauptgang. Ja, ich bin schon. Ich bin schon in der Mitte. Auch schon dabei zu kommen. Hä? Bist du auch schon dabei zu kommen? Ich bin schon da. Ja in der Mitte oder was? Ja. Du weißt ja nicht genau wie die Mitte ist. Jungs, Jungs. Doch. Bei uns am Hauptgang. Jungs. Ihr schaut zu viel Pokémon. Wenn ihr einem Labrador Besitzer hinterher ruft. Tierquäler weil er seinem wohl nur ne 8 Schwänze abgeschnitten hat. Oh nein. Der war jetzt echt schlecht. Ich fand den okay. Ich fand den okay. Ich fand den okay. Halt. Nee, ich fand den okay. Nils, du bist zu viel und bist in der Falsch. Nils, du gehst in Aufnahmegruppe 2 jetzt sofort rein. Äh, nein. Ich fand den das okay. Damit wir 4-4 sind. Ich sprech mich auf Nils Seite aus. Die sind 2.000 Kilometer weg von mir. Ohhhhh. Ich seh dich, Can. Ulias, passt auf, Alter. Er sieht dich. Er will dich gleich schlagen. Ich bin mir sicher. Mach ich jetzt wirklich. So richtig mit der Faust. Mit der Faust aufm Bildschirm. Das hättest du echt bringen sollen. Alle vier kommen uns entgegen und boxen uns einfach mal. Ihr boxt euch um Diamanten. Der Erste, der tot ist, hat verloren. Ja oder Gawon. Ja oder Gawon. Was ich dachte der erste, der der tot ist, hat gewonnen. Tanker. Das heißt Tajan ey. Tajan ey. Tajan? Nee, das heißt Gian. Tavgian. 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 Ihr müsst euch den Ruf, den Ruf ausdenken. Tavgian. Nein, der war nicht. Aaah, Tavgian. 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 Nein. Moment, wir kommen gleich wieder. Warum baue ich bitte mit Gold? Obwohl halt, ihr hört mich ja immer noch. Wenn ich einen Rufen aus suche, dann wäre es ein Spruch. Scheiße. Der große Verschlinger, der Zerstörer von Welten, die Horde des Schwarmbewusstseins. Ende. Aus dem Kodex der Tyraniden. Sie werden euch verschlingen. Ich bin heute auch mal cool. Der Winter ist keiner. Nein, das sagst du nicht, das ist das von den Starks. Nein, das ist von Game of Thrones, das ist nicht von den Starks. Das ist von den Starks aus dem Anspruch. Bald bin ich fertig. Dann kann ich ehrlich meine Haube bauen. Überall gucke ich zur Zeit die dritte Staffel, Kollege, also Schnauze. Alter, ich bin bei der vierten, also halt du deine Schnauze. Halt du deine Schnauze, du hast mich gespoilert. Oh, warte, ich spoiler dich jetzt. Also, rate mal, wer am Ende der Staffel stirbt. Du solltest auch nicht spoilern, weil wir mitten in der Ausnahme sind, Nils. Also, passt auf, am Ende der Staffel stirbt. Niko, schnell, Niko, schnell, Nils. Kick ihn raus, Ben! Kick ihn raus! Nein, ich halt nicht mehr durchs Schreien! Als ob ich das sag, Alter. Ja, ich hab dir einmal hin und her gezogen. Wenn du das sagst, dann, ey. Lass mir doch mal sagen, wo du bist. Dann gibt Alex dir eine Liebes-Faust. Ich sag nur, dass ihr schockiert sein werdet. Wenn Dumbledore stirbt. Ja. Dumbledore stirbt. Nicht schon wieder. Dann wird das hier mit dir passiert. Nur ein Relay. Das ist ja nicht mal ne Lüge. Oh mein Gott, am Ende der Titanic geht die Titanic unter. Die Tit... Die Tit... Hey, ne mitten in der Titanic wird gepoppt. Die Tititanic. What? Alter, das könnte der Name von nem Pornotitel sein. Ja, stimmt. Titanic. Mega geil. Tittanic. Das ist nicht schlecht. Müssen wir auch festhalten. Ja, gell? Genauso wie den XXX Pussy Slayer. Was? Oh Gott. Was? Der XXX Pussy Slayer 69. Der hat schon was von Slava. Was slaverst du schon wieder? Das freu ich mich auch mal wieder. Heute ging schon ganz schön viel ab 2014. Ja, also heute ist echt... Für mich ist kein... Oh Gott. Strikes again. Oh Mann. Und es ist heute einfach nix zu schade, ganz ehrlich. Heute ist echt ein guter Tag. Deswegen haben wir auch Can dabei. Ja. Wer ist Can? Ich dachte du die tötet. Wer ist Can? Wollten wir den nicht... Wollten wir den nicht verbrennen? So Hexenverbrennungen. Ein Pfeife... Ein Pfeife... Ähm... Ich glaub das wird nicht helfen. Ah warte... Can ist ein Pfeife... Gartelieu und BigPictures. Gute Idee. Der passt doch gar nicht drauf. Den müsst ihr jetzt erst mal verstehen. Ich glaub den hab ich verstanden. Der passt doch gar nicht auf die Bilder drauf. Ich fand den lustig. Ich fand den nicht so gut. Kalli, da. Oder du bist gefeuert. Jux. Ich hab die Idee, ich baue einen Galgen. Bitte ich? Ist aber nicht so friedlich und piecig. Doch. Dann was machst du da? Er baut für sich selbst jetzt einen Galgen. Was bist du für ein Verrückter. Ich bin gerade dabei hier hinten ein bisschen zu bauen. Also ein bisschen zu strippen. Ähm... Nils. Tötet ihn. Er will strippen. Hast du... Irgendwann mal eigentlich ein Niveau gefressen? Oder... Ist irgendwie das Niveau bei dir jetzt einfach... Ja, ich scheiß es gerade aus. Ach so. Das merkt man irgendwo nicht. Ach so. Das hört man richtig gut raus, Alter. Das kannst du voll gut. T-Titanic. Okay, wir wissen jetzt sowieso das Niveau tot ist. Nils hat's gegessen. T-Titanic. Bei mir hat's gerade geleckt. Bei wem noch? Nee. Bei mir nicht. Hände hoch. Bist du geistig behindert, John? Hebt eure Hände nach hoch. Hände nach hoch. Hände nach hoch. Nach hoch. I'm waving like you just don't care. T-Titanic. T steht für Titi. T steht für Anik. Ich könnte das jetzt noch 150 Mal hören. T-Titanic. T steht für Titii, T steht für Anik. What the fuck? WTF? 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 My beats are sick and my rhymes get bigger, that's cause Jesus Christ is my nigga. Was? Kett ihr das nicht? Boah, fängt das schon wieder an. Japp. Das bringt also ziemlich jede Folge. Japp. Japp. Mit jede Folge mein ich jedes Mal. Japp. I steht für Titii und T für Anik. Hier steht für Titi und hier steht für Anik Fuck Logic Wir finden unsere eigene Logik Kalle ist heute der Zitatalben Du bist der Schreiberling Du bist der ranzige Schreiberling Dann hat er schon sehr viele Titate Ja genau Dann hat er schon sehr viele Titate aber weggelassen Ja mein Titate Wir schreiben heute die Titate auf Alle Kann jemand von euch die B Sprache? Nein Was versprach? Habalobo Was? Also praktisch immer es vor jedem Vokal Also ne warte Also nach jedem Vokal müsst ihr ein B sagen Und dann nochmal den Vokal Zum Beispiel Bitte Was hast du geraucht? Bitte John was hast du geraucht? Nein ich kenne die Ja ich kenne die auch Du bist so richtig behindert Was der hat Candy Crush? Ja man Der hat Candy Crush geraucht Was hat der für Opfer? Candy Crush Sager Der hat Candy Crush geraucht F steht für Freunde Die was unternehmen U steht für uns Dich und mich U steht für Anik Wir haben alle anscheinend wirklich Zehneck geraucht Zehneck Lach nicht Es gibt wirklich Leute die machen das John lasst den Endermen mal boxen Habt ihr wenigstens gesagt, dass heute das Osterspezial ist? Heute ist ein Osterspezial Also wenn ich jetzt sag, dass die Folge so circa Keine Ahnung Zwei Monate nach Ostern rauskommt Ja Es ist das Osterspezial Nein es ist nicht Schmeckt übrigens nicht lecker Schmeckt übrigens nicht lecker Ah Gott er schlecht Ich nur wieder denke ich mir echt bei Nils Was hat der bitte Was hat dem seine Mutter echt geraucht Als er in ihrem Bauch war? Alles Antwort Zehennägel Und Crystal Meth Ne Er hat Zehennägel Nur Zehennägel Und Fingernägel Crystal Oh jo Alter voll eklig Und schon Ich brauch nen Konter Hey Peppy ist online Du willst schnell dazuziehen Ja lass ihn mal dazuziehen Nein Obwohl Nein Ich hab noch nachgedacht Ich war gütig Als hab ich dich nie gesehen hab Alter Ich hab noch nachgedacht